Musik 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 Liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich mal kurz darauf hinweisen es gibt ja Leute wie mich man hört mich die ganze Zeit ich bin ziemlich present da gibt es den Jürgen und die Sabine die sind da bei den Getränk, die sieht man auch ganz gut aber einen Menschen, der gerade dafür verantwortlich ist, dass diese wunderbare Lautsprecheranlage auch über den Wiener Ring gefahren wird, der sitzt im Auto, den sieht man nicht ganz so gut es ist der André und er hat sich denke ich auch einen großen Applaus verdient dafür, dass er seinen Beitrag hier dazu leistet Danke André Musik 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 Musik